Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu den Digimon Adventure 2 Episoden, dieses mit Episode 8, Kennst Geheimnis. Ja, man kann sich wohl in etwa bei dem Titel denken, worum es in der Folge geht. Allerdings muss ich sagen, dass das eben nicht das Hauptaugenmerk der Folge ist. So lala halt, aber eigentlich ist es eher so, dass es am Ende eben bekannt wird. Aber gut, immer der Reihe nach. Im Prinzip betrachtet ist diese Folge eigentlich in erster Linie eine Davis-Folge. Ich meine, es fängt ja schon damit an, dass wir mal sehen, wie Davis und seine Mannschaft Fußball spielen und da bekommen wir tatsächlich auch ein neues Zwischenlied zu hören, was ich damals sehr toll fand, weil das bei Digimon wirklich immer sehr viele Lieder gab. Heißt natürlich im deutschen Superstar, ist auch auf der Digimon Adventure 2 CD mit drauf und im japanischen heißt es Bokuwa Boku Date ebenfalls zu finden auf dem Album von Digimon Adventure 2 im japanischen, also der Best-Hit-Parade oder auf der Single mit von Target. Ja, ich finde das Fußballspiel war einfach nett, aber jetzt nicht überragend, weil viel gesehen hat man nicht und ja, ich weiß nicht, ja, dann hatten sie ein Tor, weil Davis halt einen Kopfball gemacht hat, aber das war jetzt auch nichts Überragendes. Ken ist ja zuerst auch noch gar nicht da gewesen, deswegen hat Tai auch gesagt, sie hätten jetzt die Chance, das Team, weil das ist ja so, dass die Mannschaft und Ken durch Ken eben so super duper toll ist und Tai meinte, sie hätten ja jetzt eine Chance zu gewinnen. Allerdings tauchte Ken dann in der zweiten Halbzeit auf. Ja, Joli war natürlich sowieso sofort hin und her, ja, da merkt man natürlich diese Schwärmerei, weil in dem Moment kennt sie ihn ja noch überhaupt nicht, sie weiß einfach nur, dass er talentiert ist und findet ihn cool und ja, sie haben natürlich auch ihre Ausbildungs-Digimon mit. Das ist in der Folge auch noch wichtig, im Prinzip, wenn man sie gesehen hat, weil später nochmal von Ken sich darauf eben eingegangen wird. Ja, er beobachtet das, ich finde jetzt nur alles ein bisschen doof, dass man in der Folge Ken's Gedanken gar nicht kennt, weil er sieht zwar die Kinder und er weiß auch, dass das die Kinder sind, die gegen ihn kennen. Er sieht auch, dass sie ihre Digimon da haben, aber er wundert sich überhaupt nicht. Ich meine, kein Blick im Sinne von, hä, wie kann das sein? Und auch kein Gedanke im Sinne von, sind das Digimon? Nein, das ist doch unmöglich oder sowas. Nee, gar nichts. Er guckt sie einfach nur an, weiß, dass das quasi seine Gegner sind und scheißt drauf. Fertig. Naja, jedenfalls schafft er es dann natürlich, ich weiß nicht, neun oder zehn Tore waren es. Ich meine, es waren neun in der Halbzeit zu schießen. Ja, die haben überhaupt keine Chance von Davis, die Mannschaft. Insgesamt ist es sowieso so, dass die gegnerische Mannschaft eh nur Ken, Ken, Ken. Da finde ich es eigentlich komisch, dass die Mannschaft von Davis nicht so schlau ist und irgendwie auf die Idee kommt, hey, die anderen sind alle luschen, Ken ist ja gut, also sollten wir einfach nur Ken decken. Dann hätten sie es eigentlich schaffen können, aber naja. Ja, das zehnte Tor wurde dann von Davis halt verhindert, weil er eben ihn gegrätscht hat, aber hat er ihn auch verletzt. Ja, Davis hat sich dann in dem Punkt natürlich super duper gefreut, weil Ken nochmal mit ihm geredet hat und ihm die Hand gegeben hat und gesagt hat, dass er eben ganz toll wäre und so. Naja, wirklich toll ist er jetzt auch nicht unbedingt, aber Davis selbst träumt halt davon, dass er vielleicht mal in der Nationalmannschaft spielt, doch Tai holt ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Lustig ist dann natürlich auch am nächsten Tag, dass Joli meint, ja, wenn sie Davis die Hand schüttelt, dass sie dann ja auch indirekt Ken die Hand schüttelt, aber wegen ihrem Sinn für Ästhetik ist es halt nicht möglich und Davis findet nur, sie soll sich mal entscheiden. Ist natürlich, wenn man es das erste Mal sieht oder nach längerer Zeit, schon recht amüsant. Ja, ähm, machen wir uns nichts vor. Der Punkt ist aber dann in dem Punkt halt, dass sie gehen in die Digi-Welt und auf einmal sind sie in einem Gebiet und wusch, alle weg. Alle sind irgendwie da in den Boden hineingerutscht, außer Davis und Weemon. Wie das funktioniert und warum das so ist, keine Ahnung. Gut, in dem Falle sage ich mir, das ist die Digi-Welt, die funktioniert ja auch anders als unsere Welt und da gibt es bestimmt sehr seltsame Orte, haben wir auch schon gesehen, aber es ist doch irgendwie seltsam. Wie können die anderen in diesen Sand hineinrutschen, alle, außer Davis und Weemon? Hm, bisschen seltsam. Ja, äh, Davis buddelt dann da auch ein paar Löcher, das bringt dann aber auch nichts, also Treibsand war es schon mal nicht, das ist auch komisch. Ja, dann hört er aber den Digimon-Kaiser, rennt mit Weemon dahin und sieht, wie seine Freunde da alle gefangen sind. Ja, ähm, Davis macht sich da natürlich Gedanken und so und dann taucht auch Delta auf. ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Lieblings-Dinosaurier, weil ich irgendwie seine, seine Schnauze so abgerundet finde, die gefällt mir nicht so. Ähm, ja, sonst natürlich so mit den anderen beiden Arten, die auch Köpfe darstellen, ist ganz nett, aber, ja. Ja, und jedenfalls, Davis soll sich dann, während der Digimon-Kaiser halt so eine Sanduhr hat, entscheiden. Ich weiß nicht, eine Sanduhr, das ist, glaube ich, eine Minute in etwa oder so. Ja, und, ähm, soll sich dann eben entscheiden, wen er von den allen freilassen will, dass er will, dass dieser überlebt. Und Davis kann sich dann in dem Punkt natürlich nicht entscheiden. Vorher war es natürlich auch noch so, dass er unbedingt wollte, dass Davis sich erniedrigt, indem er sich eben auf den Boden wirft, ihn anfliehen sollte und Weemon seinen Fuß auf seinen Kopf stellen wollte. Die Szene fand ich aus Weemons Sicht ziemlich knuffig, weil er sagte, er macht das nicht und er kann das nicht. Er hat es dann aber gemacht und Davis hat auch drauf geschissen, weil seine Freunde ihm wichtiger sind. Und daraufhin hat er ihn eben, ja, war so gnädig und gab ihm die Möglichkeit, einen Freund zu retten. Ja, sehr gnädig. Naja, Davis konnte sich dann letzten Endes auch nicht entscheiden und hat gesagt, ja, er soll keinen von ihnen fressen, sondern ihn. Jetzt möchte ich an der Stelle erstmal erwähnen, es gibt sehr viele Leute, die ja Adventure 2 nicht so mögen oder selbst wenn sie es okay finden, die Davis doof finden und sagen, Davis wäre egoistisch. Egoistisch finde ich überhaupt nicht. Wenn das so egoistisch wäre, dann hätte er in dem Moment doch gesagt, ja, ist mir doch egal, du kannst dich alle fressen, ja, solange ich es nicht bin, ist es mir doch egal. Oder er hätte gleich sagen können, komm Weemon, werde zu Flamedramon, ich werde mich jetzt hier nicht erniedrigen und ich werde dich platt machen. Und ja, wenn ich dann meine Freunde in Gefahr bringe, ist ja egal, meine Idee ist ja sowieso die beste. Alleine die Tatsache, dass er sich opfern wollte für seine Freunde, ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Also nicht nur eine gute Idee, weil wir sehen ja dadurch, dass Davis eben nicht egoistisch ist. Wir sehen dadurch, dass Davis eigentlich schon ein ziemlich netter Mensch sein kann. Der eben zwar vielleicht mal ein bisschen dumm ist, ein bisschen naiv ist und ein bisschen aufbrausend, aber mein Gott, der ist erst 10, 11, was will man da erwarten, ne? Naja, jedenfalls, ich muss gestehen, als ich damals das erste Mal die Folge geguckt habe, ich fand die Sätze von denen ein bisschen komisch mit dem, ja, rette nicht mich, rette jemand anderen, ja, ich will nicht sehen, wie meine Freunde geopfert werden und so. Und ich denke, irgendwie wirkt das alles so ein bisschen komisch. Und ich habe schon als Kind beim ersten Mal gucken aber vermutet, dass das gar nicht die Kinder sind und so. Und ja, natürlich, in dem Moment, wo Deltamon halt Davis fressen will, da tauchen dann zufälligerweise Digmon, Halsmon und die anderen Armo-Level auf und können Deltamon angreifen. Und Davis sieht dann natürlich, dass das gar nicht seine Freunde sind, sondern verwandelte Barcomon. Ja, das Barcomon sich verwandeln, wissen wir ja durch Digimon Adventure, auch wenn sie da irgendwie Masken vorm Gesicht hatten als Menschen. Das ist nicht so schlimm. Allerdings muss man sich fragen, wo waren denn die Kay und die anderen genau? Wer hat sie gefangen gehalten? Eigentlich an sich heißt es, Warmon war das. Warmon sagte auch, er konnte sie nicht länger gefangen halten und so, aber wie hat er das überhaupt gemacht? Und warum kommen die so plotmäßig genau in diesen Moment halt? Also, ja, die Folge ist schon ziemlich konstruiert halt, zumindest in der Digi-Welt. Ja, dann ist es halt, dass Flamedramon gegen Deltamon dann kämpft und ihn besiegt und dann ist gut. Und ja, Davis hat sich dann natürlich auch auf den Digimon-Kaiser gestürzt und beide fallen so, also rutschen so einen Berg runter. Da finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen dämlich, dass sich keiner von beiden verletzt hat, weil da ist ziemlich viel Stein und so. Klar, wir wissen nicht, was der Digimon-Kaiser für einen Umhang hat, der könnte sich dadurch eventuell schützen, je nachdem, was das für ein Material ist. Allerdings dadurch, dass wir ja wissen, hinterher, wenn er besiegt wird, dass der Umhang sich auflöst, ist es ja nur so ein Wunschgedanke. Da glaube ich nicht, dass der so richtig hart ist. Und ich meine, Davis hat ihn zwar darunter geschmissen, der hätte sich aber voll die Knie aufschürfen müssen und so. Also das finde ich sehr unlogisch, um ehrlich zu sein. Aber es ist ja immer wieder typisch Anime-Hinpunkt, ne? Ich meine, in vielen Animes können die springen oder fangen irgendwas auf und eigentlich würden die sich die Knie aufschürfen und es passiert gar nichts. Naja, es ist dann eben so, der Digimon-Kaiser offenbart sich Davis gegenüber dann als Ken. Daraufhin ist Davis natürlich total am Boden zerstört, weil er fand ihn ja so toll und hat ihn bewundert und merkt jetzt, ach du Scheiße, das ist der Digimon-Kaiser. Ich finde es auch eigentlich gut in der Folge, dass man es nicht so lange hinausgezögert hat, weil man ja als Zuschauer sowieso schon wusste, wegen der Stimme alleine, dass es der Digimon-Kaiser ist. Der hätte jetzt Digimon-Kaiser die Stimme irgendwie verstellen sollen, mit Echo oder sowas, keine Ahnung. Ja, und dann ist es eigentlich ziemlich offensichtlich und da ist es gut, dass man das schon relativ früh gelöst hat, also Vorfolge 10 halt. Und es ist auch okay, dass Davis derjenige ist, der das mitbekommt, damit er dann eben enttäuscht ist. Und das finde ich eigentlich auch ganz okay. Ja, im Prinzip ist die Folge für Davis-Verhältnisse gut. Das in der realen Welt fand ich auch gut, aber wie gesagt, das andere, dass die Freunde auf einmal da so runterfallen und gefangen genommen werden und im passenden Moment wiederkommen, ist ein bisschen zu konstruiert. Tja, meine Frage, abgesehen davon, falls ihr Davis halt toll findet, dann wird euch die Folge ja wahrscheinlich sowieso gefallen. Aber wenn ihr Davis jetzt nicht so mögt oder er nur so okay ist, wie hat euch die Folge gefallen? Wie findet ihr Deltamon? Und findet ihr das auch okay, dass der Digimon-Kaiser sich selbst offenbart hat? Oder hättet ihr das vielleicht anders gemacht? Schreibt es mir in die Kommentare. Oder hättet ihr das? Ja, ja, ja. Vielen Dank.